Der FC Bayern München 20. Mai Wie gewohnt steigen die Feierlichkeiten auf dem Münchner Marienplatz, wo die Fans dem Team auf dem Rathausbalkon zu jubeln können. Möglicherweise kann der FCB dann sogar zwei Pokale präsentieren. Denn der Termin ist einen Tag nach dem Pokalfinale, das die Bayern gegen Eintracht Frankfurt bestreiten. Die Uhrzeit für die Meisterfeier steht noch nicht fest. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und sein Stellvertreter Josef Schmidt haben die Verantwortlichen des Klubs darum gebeten, aus Rücksicht auf die Wirte und Geschäftsleute sowie deren Kunden in unmittelbarer Nähe des Münchner Marienplatzes auf eine Feier direkt im Anschluss an das letzte Saisonspiel am Samstag, den 12. Mai, gegen den VfB Stuttgart zu verzichten. Zudem ist die Stammstrecke der Münchner S-Bahn zwischen Pasing und Ostbahnhof zwischen Freitagnacht 11. Mai und Montagfrüh 14. Mai gesperrt. Teilend Viterne Mail-Kommentare Teilend Viterne Teilend Viterne Mail-Kommentare Teilend Viterne Graf